Jesus Christus und sein Geist, da müssen die Muslime mir beweisen aus dem Koran, wer noch das Wort von Allah ist und sein Geist, das er eingeboten hat. Wer ist denn der Vater von Jesus? Wer ist denn der Vater von Jesus? Jeder hat doch einen Vater auf dieser Welt. Adam hatte keine Mutter und keinen Vater, weil Adam erschaffen war, aus Erde hat er ihn gemacht. Aber wie ist denn Jesus Christus? Wo war denn Jesus, als er geboren wurde? Das mussten die Muslime beantworten. Er war mit Gott in Ewigkeit schon da, bis er in Maria eingehaucht wurde. Richtig, richtig. Und so sieht es aus. Der Jesus Christus hat eine göttliche Natur, wenn wir darüber weiter nachdenken. Verstehst du? Ja, Bruder, ich kann die da, also all die, die ich das frage, die können mir da auch keine Antwort darauf geben. Das ist, ich weiß gar nicht, wie, ja, wie, ich meine, wo ich das alles herausgefunden habe, ja, wo ich mir die Quellen alles ausgeguckt habe, also angeguckt habe, die du mir gegeben hast. Ich habe so viele Menschen gefragt, ich war ja in Islamgruppen drin, es konnte mir niemand antworten geben. Es konnte mir nie, und wo ich die Frage gestellt habe, ob Ayse 9 war, da hat man mir gesagt, ich darf die Frage nicht stellen, da war so, da wusste ich ja schon, was Sache ist, ne, also, ja, und jetzt steht hier, er ist der Geist von Gott. Also, also, der Geist von Gott ist, ist ja Geist, ist ja göttlich. Das ist ja, also, Du musst die, die Muslime nur fragen, wo war dieses Wort, als es in Maria eingehaucht wurde. Wo war dieses Wort denn? Ja, in Ewigkeit schon da, aber die, ja, ich weiß nicht, wo das Verständnis von denen ist, so weiß ich meine, das ist, das ist unglaublich, das ist, ich verstehe das selber nicht, ich weiß ich nicht, aber ich bin glücklich, dass ich, ja, Teil der Familie sein darf, Teil von Jesus Christus, eine Beziehung mit den Kölkern. Da haben sich meine Videos erreicht, Leute, seht ihr, durch das ganze Liken, Tippen, die Videos, die Leute, die das teilen, konnten wir natürlich auch hier den Bruder Timotheus hier erreichen, der war ja auch selber in der Finsternis gefangen und hat dann eine Entscheidung rausgetroffen aus dem Islam. Das war schon, das war schon länger her, noch damals bei deinen alten YouTube-Videos, aber die haben schon gereicht, die haben schon gereicht, ich habe mir die so oft angeguckt, so, ich habe dir doch gesagt, damals habe ich gedacht, boah, was labert der für ein Müll, so, das stimmt alles gar nicht und ich habe aber, im Gegensatz zu den ganzen anderen Menschen, ich habe meine Koran, ich habe aufgeschlagen, ich habe die Hadise nachgegoogelt, alles gescreenshottet und jeder einzelne Punkt war richtig, jeder einzelne Punkt hattest du recht gehabt und somit blieb mir gar keine andere Wahl und ja, und Gott sei Dank hat mich der Herr Jesus Christus zu sich gezogen, weil ich auch aus tiefstem Herzen darum gebeten habe, ne, also, ich war nicht einfach nur, okay, er hat recht, sondern ich wollte die Wahrheit wissen und ja, der Herr hat mich nicht im Stich gelassen, ich habe Buße getan, ich tue jeden Tag noch Buße, weil ich immer noch ein bisschen Schuldgefühle habe, aber ich stehe jeden Tag auf, danke den Herren dafür und tue immer noch Buße für meine Verfehlungen, die ich getan habe und Gerettet bist du vor dem Herrn und gerettet bist du in Ewigkeit, das Einzige ist bedankt dem Herrn Jesus Christus, natürlich bereust du deine Sache Genau, ich danke ihm, ich danke ihm dafür, ich bitte ihn um Weisheit für meine Lehre, dass er mich seine, seine Worte, dass er sich mir erschließen, verstehen lässt und alles, ne, ich habe mir, ich sammle, ich sammle Bibeln, früher, ich habe glaube ich 16 Bibeln hier, ich bin alles so separat, dual am Studieren, hier mal da, mal da, mal da, das ist alles, ich, anstatt draußen zu sein, jetzt, ne, draußen zu sein, bin ich drin, lerne, pflege meinen Vater, mein Vater ist krank, das ist alles, das ist wunderschön, ich bin Vater, ich kann mich, ach, es ist einfach, ja, wie soll ich sagen, das ist ein neues Leben einfach, ein neues Leben, einfach nur, ich bin noch nicht getauft, also ich bin ja als Baby getauft worden, aber ich will mich noch mal neu taufen lassen, bei mir jetzt zur Zeit ist es schwer in der Umgebung, aber das ist der nächste Schritt, dann ist alles vollendet, das ist das nächste, was ich machen möchte Ja, Amen, ja, ich wünsche dir natürlich das Allerbeste und dann mal wieder, Herr Jesus Christus segnen und dich immer begleiten auf deinem Weg, ne Danke, Bruder, dich natürlich auch und deinem Bruder Reza natürlich auch, ihr seid die Besten, also auf jeden Fall, ihr macht so gute Arbeit, ich versuche es euch gleich zu machen, nur mit ganz wenig, ganz wenig, alle, alle Ehre den Herrn Jesus Christus, natürlich, natürlich, aber er benutzt euch, also davon abgesehen, ne, alles klar, ich will euch da nicht weiter aufhalten, Es ist immer wieder schön, mit dir zu sprechen, weiß ich nicht, wie, ich habe irgendwie eine Assoziation zu dir, ich weiß nicht, du, du bist schon was Besonderes, also, ich weiß, wie ich das meine, ne Aber ich bin nichts Besseres, sagst du, alle Gäste sind meine Geschwister und ich liebe sie und ich bin weder was Besseres, noch was Bächteres dazu, das Einzige ist das, weil ich mich ein bisschen was trauere, ne, das ist das, aber im Grunde genommen sind wir alle gleich, ne Wir sind alle gleich, aber ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, du, du hast mir geholfen, sag ich jetzt mal, ne, du hast mir geholfen, etwas, ja, das ist das, was ich meine, so, mich freut es einfach, wenn ich dein Gesicht sehe, dann geht mir das Herz auf, wenn ich dich reden höre, und dann, mehr, mehr, ja, Bruder, ja, jetzt übertreib dich, Nein, Bruder, ich danke dir vom Herzen, alles Lob gebührt den Herrn Jesus Christus, den Herrn aller Welten, und, ja, der wahre Gott in Ewigkeit, Philippa 2, 5 bis 11, der sich entäußert hat, der die Gestalt eines Knechtes angenommen hat, wie jeder andere von uns hier unten auch, und durch sein Blut sind wir gewaschen worden, und wer den erkennt, der hat die Wahrheit erkannt und mit ewig leben, also, ich sehe, Ich wünsche euch alle Gottes Segen, die hier drin sind, und hört auf den Arm hier, er weiß, von was er redet, prüft die Quellen, glaubt ihr nicht, er sagt es immer wieder, glaubt ihr nicht, sondern prüft es, prüft es, und ihr werdet sehen, was ihr davon habt, alles, Herr Amir, ich gucke noch ein bisschen, ich gucke noch ein bisschen weiter zu, wenn irgendwas ist, komme ich nochmal hoch, aber danke dir dafür, und ich wünsche alles Gottes Segen, die hier im Chat sind, Ihr seid wunderbar, macht weiter so Danke dir, Gottes Segen, mein Lieber, mach's gut, ja, ciao Euch auch, Gottes Segen, ciao, ciao Ich gehe mal kurz was erledigen, ich komme jetzt gleich wieder, bis 300.000 bitte jetzt, 3, 2, 1, bis ich wiederkomme, bis gleich 1, bis 1, bis 5, 2, bis 0, 1, bis 5, 2, 5, 6, 6, 7, 8, 7, 7, 8, 7, 8, 9, 8, 9, 9, 7, 10, 10, 11, 13, 11, 10, 12, 13, 14, 17, 11, 12 usay, bis jetzt, Vielen Dank. 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 Ja. Vielen Dank. Und das ist halt die Endzeit, das Ende der Endzeit. Und das heißt also, die Apokalypse, die Zornesgerichte Gottes stehen der Welt bevor. Wir sind ganz kurz davor. Und das ist halt die Endzeit. Das betrifft jetzt nicht nur die Muslime, das betrifft jetzt nicht nur die Muslime, sondern was weiß ich, Atheisten, Hindus, alle möglichen Menschen, allen Couleurs und allen Weltanschauungen. Es betrifft das heißt also, wenn der Herr Jesus bald, wenn der Herr Jesus bald seine Braut, wenn der Herr Jesus bald seine Braut, seine Gemeinde entrückt von der Erde wegnehmen wird, dann bricht die Apokalypse über diese Welt und der Zorn Gottes wird sich entfalten über die Menschen. Also, die dürft dieses Wunder der Entrückung. das ist die entwicklung ist das größte wunder was demnächst geschehen wird und da müsst ihr alle dabei sein sollte die das verpassen müsst ihr leider die reise hier auf der erde antreten die schlimmste phase der menschheitsgeschichte schrecklicher kann es nicht mehr sein und daher gilt es heute noch sagt der hebräer brief heute wenn ihr seine stimme hört so verhärtet eure herzen nicht kommen zum herr jesus kommt zur buße bereut eure sünden stirbt der sünde ab dem des bösen und werdet von neuem geboren mit dem herr jesus christus da gehört ihr halt zu seiner gemeinde und ihr seid errettet in der ewigkeit auch bei gott er verlangt nur von euch diese umkehr und dass ihr ihn annimmt und das was er für euch getan hat am kreuz und dann seid ihr errettet da sollte dies nicht verpassen ihr lieben es kann jede sekunde vorbei sein ja wenn die entrückung heute nacht geschieht und dann war es das ab dem morgigen tag wenn ihr aufsteht dann herrscht schon die finsternis dann beginnen die beginnt das finst die finsternis hier auf der erde ich hätte ihr habt ihr wahrscheinlich die serie alle schon geguckt walking dead walking dead direkt am anfang ja da kommt er ins krankenhaus der haupt akteur dieser wie heißt er der der herrn jesus sozusagen nachäuft rick genau rick heißt er der kommt ins krankenhaus in koma und dann wacht er auf vom koma und will rausgehen der denkt das ist immer noch die welt wo er dann halt so da ins krankenhaus kam diese zeit da machte die türe auf und da ist kein mensch mehr auf den straßen und dann denke ja das ist alles beim noch beim alten und dann geht er dann ein bisschen rum und auf einmal sieht er die ersten zombies dann die rumlaufen das heißt die welt hat sich komplett vom normal in das absolut böse verändert und so kann es geschehen dass das sind alles solche kleinen szenen die uns zeigen was bald so abgehen wird na ja klar dass ich der satan kennt das alles und dann ist da eine welt voller bösartige sünder die halt unter sich sind muss man vorstellen wo der heilige geist gar nicht mehr auf der erde ist an mir um das böse zurückzuhalten oder amir kannst du ihn kurz hoch und da wichtige fragen deswegen dessen suchen dann deswegen gottes segen was ananas so lebt es einem kopf stehen der king kink ein könig Königs Nachrichten König der Könige Das sind seine Nachrichten hier, die verkündet werden Die Botschaft News heißt ja auch Botschaft Das Königs Botschaft Das verkündet der Armee Seht ihr das? Wie der Herr uns Zeichen gibt Ja, eine Königs Botschaft steht da Die Botschaft von dem König der Könige Amen Das Evangelium Vom König der Könige King News Königliche Nachrichten Königliche Botschaft oder Nachrichten Heftig? Das ist heftig, ja Das ist wirklich heftig King News Dann ist er im Strein, am Lächeln der Bruder Letztes Mal war ich unterwegs Und da bin ich mit den Geschwistern einige Sachen durchgegangen Und dann habe ich, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe Aber ich habe gesagt, nur Jesus rettet Auf einmal vor mir hält ein LKW an Und auf einmal stand da ganz nett von mir drauf Jesus Und ich sage zu den Leuten, zu den Geschwistern Seht ihr, ich habe so gerade noch gesagt Jesus ist der Retter Und vor mir steht auf einmal Jesus Er konnte es nicht glauben Meinst du doch, guck hier Dreh ich die Kamera um Und dann habe ich Jesus Ja, sehr schön Ja, der Herr gibt Zeichen, ne? Immer wieder Der Herr gibt immer Zeichen, dass er auf dem Land ist Von einem Millionen Autos, die vor mir sind Und ich rede gerade über das Thema Jesus Steht da auf einmal Jesus Jesus loves you Ja, genau Da stand Jesus liebt dich Ich habe über Liebe gesprochen Auf einmal stand da Jesus loves you Ja, das ist großartig Genau so war das Jesus loves you Genau so war das, ne? Ja, das sind so gute Zeichen vom Herrn Dass er bei uns ist Ja, genau Das hohe Lied der Liebe Ich hatte das hohe Lied der Liebe irgendwie so abgespielt Darüber geredet Dass nur Jesus uns wahrhaftig liebt Und der Retter ist Und dann auf einmal kam das auf einmal Jesus loves Jesus loves Jesus liebt Ja, gelobt bei der Herr Alle waren außer sich Die so, das kann nicht wahr sein, Wahnsinn Elisa, auch letztes Mal Elisa, auch letztes Mal Als ich hier mit Schwester Mariam live war Bin ich kurz rausgegangen Weil ich was erledigen musste Auf einmal wollte ich meinen Wagen starten Und ging das nicht War die Batterie leer Wo ich dich angerufen habe Wo ich gesagt habe Komm mal her Und hilf mir mal Hast du gesagt Ich bin voll weit weg Wenn ich komme Mindestens zwei Stunden Und dann Und dann auf einmal Ich gucke so weit und breit Niemand Das ist ja Niemand Auf einmal Auf einmal sagt die Mariam Und die Geschwister Wir werden jetzt dafür beten Auf einmal beten die Das ist ja Ich habe meinen Augen nicht geglaubt Auf einmal kommt von Irgendeiner Seite Ein Moslem Zwei Mosleme haben mir geholfen Ein Moslem von der Seite Und der andere von der anderen Seite Kommt er auf einmal Ich gucke so Wo kommen die auf einmal her Beide kommen so sich entgegen Und ich spreche die genau Beide zusammen an Beide zusammen Könnt ihr beide mir helfen Sagen die ja Keine Probleme Ja können wir helfen Beide schieben den Mein Transporter Mit einer Tonne da drinnen Heftig Lesa Wir schieben die den an Für Dr. Schech Abu Amir Und ich bin weitergefahren Das ist die Schieben sich an Damit du noch Bei den Islam kaputt machst Die haben die geholt Nein, nein ihr Lieben Nein, nein Quatsch Nein Gott segne sie Das war jetzt nicht wahr Nimm den Islam auseinander Und dann kommen sie Und helfen dir Ja Die helfen Nimm damit Der noch mehr auseinander Das schlimmste war Ich hatte meine Kreuzkette so draußen Und die gucken so Auf meine Kreuzkette Die wollten glaube ich Mir erstmal nicht helfen Und so Aber Teil dem Christen Helfer nicht Hättest du dich erkannt Hättet dir bestimmt Geholfen Ich hab ihm gesagt Dieser Kerl Ich weiß nicht Wo die herkamen Auf einmal Aus der Ecke raus Aus der Ecke Der eine da hinten Und der eine Also der eine da vorne Und der andere da hinten Kamen die auf einmal So beide zusammen Und dann Ich spreche die beiden an Und sie sagen Ja ja natürlich Kein Problem Der Herr segne diese beiden Der Herr segne Böte Und beschütze sie Aber du siehst ja Dass der Herr sofort Gebete erhört Sofort Instant Instant Die Geschwister haben dafür So gebetet Die Geschwister haben dafür gebetet Ich meine so Betet dafür Dass sie wegkommen Auf einmal beten die Zack Innerhalb von ein paar Minuten War es soweit Kam auch einmal Zwei Großartig Danke dem Herrn Danke dem Herrn Jesus Dass er alle Zeit Gebeten Erhört Amen Das ist ein Kleinknecht Nicht im Stichl Ist Hamann Wie der Herr Wie der Herr Mir immer wieder zeigt Dass er da ist Das ist eine Saison Glaube Ja Orthodox bist du da Weil du hattest Auf Fragen Also er hier Der Kollege Er ist versuchend Also ich glaube Ich weiß Was soll er jetzt Luka Buße getan hat Kann ja sein Weil da wollte ich Ja von uns Gerufen werden Ja und das sind Schon wichtige Sachen Wo der Er ist aber gestimmt Er ist glaube ich Gerade am Essen Hat er gesagt Er wird sofort kommen Aber die 5 Minuten Sind ja schon vorbei Achso Der Kollege Er hat eine wichtige Frage Hat er deswegen Was er geschrieben hat Wann wir live kommen Da dachte ich Komm Bruder Reza Bruder Reza Ich hab dir privat Meine Nachricht geschrieben Ja Ja Kannst du dich später Mal angucken Ja Okay Ja ihr Lieben Ich hab eine Frage Ja Hier Kann man sein Heil verlieren Nein Der Jesus Christus sagt Niemand wird sie aus meiner Hand reißen Ich gebe ihnen ewiges Leben Du bist versiegelt Mit dem heiligen Geist Genau Johannes 10 Er wird dein Hirte sein Und du wirst sein Schaf sein Und niemand vermag sich Dich zu trennen Von der Liebe des Herrn Auch mit dem heiligen Geist Wenn man den spottet Ne wie spottet Ein wie der Gewohner Spottet niemals Den heiligen Geist Ja 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 Merci Amir Frau Eichmikona Gute Segen Gute Segen mein herrn jesus christus fest orthodox bist du wieder da ja ich bin da erzähl deine frage die wichtig ist meine frage ja du hast gesagt wann sind wir wieder live ich wollte nur zuhören so bei euch lernt man auch vieles hast du buße getan hast du buße getan ja also du hast jetzt dein herrn jetzt abge also daneben den herren jetzt gegeben das was ich dir gesagt habe also was wir vorhin besprochen haben ja schön also bist jetzt von neuem geboren also verlässt du jetzt komplett die orthodoxie und jetzt natürlich den jesus nach also ich war nur traditionell nur orthodox muss man auch sagen ja bei uns ist nur diese tradition wir hatten nur die tradition aber wir haben die richtige bibel immer gelesen so gesagt ja die bibel ist ja da richtig nur die tradition die legt ja alles ab also ist ja klar die orthodoxie muss mir abstellen ist ja klar weil es ja nicht einstimmig mit das wort gottes ist und was was sagst du zu moslein die sagen unsere bibel ist voll der widerspruch ja der koran ist voll der widerspruch hat doch gar keinen sinn die haben keine ahnung lesen und gar nicht ich sage ich weiß was ich dazu sage ich sage nur viel spaß mit deinen frauen im himmelreich und deinen schwellenden busen viel spaß das sage ich dazu wenn jemand kommt mit verfälschung von bibel gott segne dich von deiner familie lass dich nicht von diesen täuscher und teufel belabern wir haben aus dem ersten zweiten dritten jahrhundert dieselben schriften die wir heute haben die bibel ist das beste bestbeschütetste und bestbezeugteste buch der antike da kann keiner mehr rum rütteln richtig kodex inaitikus wir haben vor jesus christus die isaiah schrift rollen gefunden 100 jahre vor jesus datiert sie stimmen mit unseren heutigen bibelübersetzung eindeutig überein das war der knockout für jeden muslim und den islam das war 200 jahre herausgefunden von von dem mohamed sogar noch mitgefunden von mohamed gefunden das musst du dir gebe um das miede er auch daran gedacht hat dass von einem muslim finden zu lassen absolut der wahnsinn dennoch muhammed heißt da muss ich noch mal geben nicht nur ein bisschen damit die muslime so und so ja das hat der damals die islamische welt auch recht erschüttert das war damals schon eine starke heftige sache aber die können sich immer gut auszureden finde ich die reden sich immer gut aus und des segel ist nur zu hören was eine geschichte machen aber mir das krasse ist ja eine flohene ziege der ist ja nur seinen flohnen ziege hinterher gelaufen wer also eine ziege hat den koran besiegt und hat unsere bibel bestätigt gott hat humor leute zieht euch das mal bitte rein zweimal der fall mit der ziege oder dem schaf einmal kommt die ziege und frisst an das koran weg und einmal kommt die ziege und zeigt uns dass das wort gottes perfekt ist wie gott arbeitet ich liebe dich ja es geht gar nicht wenn diese ziege lebt so man auch wer weiß was die nächsten 100 jahre noch machen wird diese ziege kommt der messung aus die bibel bestätigt ihr wisst gar nicht wie viel an die muslimo vollziegen haben leute aber orthodox was jetzt wichtig ist du musst auf jeden fall die orthodoxie komplett abstimmen das heißt die hat wirklich nichts mit der bibel zu tun nur der jesus folgen nur die bibel und da ist die komplette wahrheit und wenn du dies wirst du immer mehr erkenntnis bekommen kann mich alles hervorgeht um beispielsweise an und die stück für stück und ich habe hier ein kalt für muslimo weißte das das muss man gut Wie das jetzt immer so kann. Was hat denn? Ich habe mir vor, ich bin einfach so mit dem Zahnverdicht. Das ist heftig. Könnt ihr diesen Typen antworten? Spend ganze Zeit gerade. Was haltet ihr von Katholiken? Ja, die römisch-katholische Kirche ist nicht die Wahrheit. Warum? Ist ja genau wie bei den Orthodoxen. Haben mir zugefügte Bücher. Ich bin Ex-Katholik. Ich war Katholik. Und die Katholiken haben ja auch die Babytaufe. Dann haben die noch diese Heiligenverehrung. Dann haben die noch, ach, weiß ich, alles für die Bart. Noch reingefügt. Den Papst. Den Papst. Den nennen den Papst Vater. Was darfst du die Vater nennen? Der Papst nennt sich ja anstelle von, das heißt Antichristo. Der heißt einfach Antichrist. Was ist das denn? Das ist richtig heftig. Die ersten Christen. Wer hat an eure Lehre geglaubt? Von den ersten Christen? Die ersten Christen? Apostelgeschichte 2, wenn du gelesen hast. Nein, nein, nein. Wie nein? Warte mal. Wenn wir die Kirche... Ja, er wollte Gott es wegtun. Wenn wir die ganzen ersten Christen gehen, die haben alle, alle an diese Bücher geglaubt. Ja? Die ersten Christen sind Apostelgeschichte 2. Nein, wenn du nicht aufhörst, wenn du nicht aufhörst, uns Christen, uns Christen, ja, ob du jetzt Freikirchler bist oder ich... Ich bin kein Freikirchler, ich bin Nachfolger des Herrn Jesus. Nein, das macht keinen großen Unterschied. Wir glauben doch selber, dass Jesus Christus Gott ist, oder? Ja, und Matthäus Kapitel 7, Vers 21, sagt nicht jeder, der zu mir her sagt, bitte rechte Himmel hineingehen, und? Was steht in der Bibel? Wer an mich glaubt, ja, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Ja, und Matthäus Kapitel 7, Vers 21 bis 23, hör doch zu. Ja, Matthäus Kapitel 7, Vers 21 bis 23, hör doch zu, wenn du lernen willst. Nein, nein, hör doch zu. Ja, selber Martin Luther. Was sagt, was lukt mich? Matthäus Kapitel 7, Vers 21 bis 23 steht drin, nicht jeder, der zu mir selbst ist, sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen. Dann steht da noch drin, viele werden schon mal sagen, Herr, Herr, und werden den Mond austreiben, werden Wundertaten vollbringen, werden sogar Weissagung tätigen, und dann werde ich denen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, war ich von mir gesetzlos. Und die sagen sogar noch, Jesus ist Gott, da seht ihr es, nicht jeder, der sagt, Jesus ist Gott, wird in der Reich der Himmel kommen, weil, Johannes 3, Vers 3, du musst von 9 geboren sein, wenn das nicht ist, und nicht gegeben ist, bist du raus. Und wer von 9 geboren ist, der wird mit der Heiligen Schrift einstimmig sein, der wird nicht hinzugefügte Bücher nehmen, nicht irgendwie einen Papst akzeptieren, wo der sich selbst Vater nennt, das heißt ja, im italienischen Padre, ne, Vater, und Jesus selber hat doch gesagt, ne, gibt niemanden diesen Ehrentitel, Vater, außer der, der im Himmel ist. Mutter und Vater ist was anderes, wegen Mutter und Vaters um auch Ehren, ist ein ganz anderer Unterschied. Und da sehen wir schon diese Katastrophen, Stück für Stück, Zölibateinführung, falsch. 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 1 bis 5 sagt, Mann einer Frau und Kinder christlich erziehen. Hat er das nicht? Raus, kann er keine Kirche führen, weil, wenn er nicht mal schafft, seine Frau und seine Kinder christlich zu erziehen, ja, wie soll er dann eine Kirche dann führen? Er schafft er aber gar nicht. Zu führen, genau, zu führen. Ja, zu führen. Wie soll das denn gehen? Der Diakonie, der Dienst für den Aufseher, beziehungsweise Priester und alle, ist einem gegeben worden, eine Gemeinde zu führen, der muss tadelig sein, der muss Familie haben, der muss Kinder haben und die Kinder und die Frauen müssen auf ihn hören. Genau. Und wenn das sich gegeben ist, ist es raus. Ist es raus aus der Geschichte. Und was macht die römisch-katholische Kirche? Die dürfen doch nicht mal eine Frau haben. Die haben einfach einen Zölibat eingeführt. Die haben einfach gegen Gott das Wort geschossen. Und dann sagen die noch Amen dazu. Das ist heftig. Dann kommen die mit der Ausrede, das ist kein Dogma. Und? Komm, wenn es kein Dogma ist, warum hält der es dann alle? Was ist das denn? Das ist trotzdem so gegeben. Bis der Papst es aufhebt. Warum soll der Papst das aufheben? Die haben das eingeführt, den Zölibat. Der Hintergrund ist, das könnt ihr alle googeln, weil die Priester haben, oder diese ältesten Bischöfe, die haben ihre ganzen Besitz, das ganze Vermögen an ihren Kinder vererbt. Das wollt ihr die Kirche nicht. Die denkt sich so, wo ist mein Geld? Mein Hack will ich haben. Und so haben die Zölibat eingeführt und so gehört das ganze Geld immer der Kirche. Das ist es gewesen. Die wollen immer Geld haben. Haben schon mit der Ablassbriefe angefangen und jetzt gehen die an dein Gehalt höchstpersönlich dran. Das stimmt. Ich verstehe auch nicht, was daran so schwer ist, einfach an die 66 Bücher der Heiligen Schrift zu glauben. Wenn du dir irgendwelche anderen Bücher gleichstellst mit der Heiligen Schrift, dann stimmt doch was nicht. Die 17 Bücher, die kannst du doch nicht neben der Heiligen Schrift stellen. Die sind doch nicht gleichwertig. Wir haben doch nichts gegen Katholiken an sich. Versteht ihr, was ich meine? Aber wenn einer 17 Bücher neben der Heiligen Schrift auf eine gleiche Stufe stellt, dann tut es mir leid. Also bei allem Respekt, aber das muss doch jedem auffallen. Selbst die Apogryphen, 1. Makabea-Buch, Kapitel 9, 27, das ist ein Apogryph. Das haben auch die Orthodoxen, die es Apogryphen. Da steht sogar drin, dass kein Prophet diese Schriften geschrieben hat. Kein Prophet. Die behaupten auch nicht mal, von Heiligen Geist inspiriert zu sein. Ja, wer hat die dann geschrieben? Ich meine Prophet, nicht der Heiligen Geist, niemand. Einfach ein Mensch. Das ist doch katastrophal. Deswegen, oder im Buch Tobe 12, 12 steht ja drin, dass ja die den Engel angebetet haben. Ja, wo sind wir denn hin, dass wir Engel anbeten? Ich bete Gott, dann doch kein Engel. Das sind Katastrophen. Dann sagen die noch, das sind heilige Bücher. Das sind Katastrophen. Oder, ich denke, wir machen jetzt langsam mal Schluss für den heutigen Abend. Wir haben das, was ich ja so ins Bettchen gehe. Ich muss mir auch wieder aufstehen. Vielen Dank, dass es da gibt. Gottes Segen gesucht. Hat sehr viel Spaß gemacht. Gottes Segen. Gottes Segen. Ja, meine auch. Gottes Segen, Bruder. Und an alle, die hier drin sind, danke, dass ihr hier wart. Gottes Segen, tschau, tschau, tschau. Amir, mach weiter so, mein Bruder, tschau, tschau. Ja, natürlich mache ich weiter. Gott segne dich. Reza, willst du noch was sagen, Reza? Ja, ich würde noch mal diesen schönen Vers, was du zitiert hast, dass man... Mein Königin, der ist aber aufgeben. Johannes 10, 28, diese schöne große Vers, und ich gebe Ihnen ein ewiges Leben, ja, sagte Herr Jesus, damit sagt er auch, dass er Gott ist, weil Gott uns das ewige Leben gibt. Und ich gebe Ihnen ein ewiges Leben, und Sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Ach, monat. Und niemand wird Sie aus meiner Hand reißen. Das gilt für alle, die wahrhaftig zum Herrn Jesus Christus kommen jetzt. Ihre bösen, bösartigen, bösen Taten, was sie begangen haben in ihrem ganzen Leben, bis sie jetzt bereuen vor ihm, und das, was er für sie getan hat am Kreuz, für sich in Anspruch nehmen. Das bespricht er jedem von euch, die noch nicht beim Herrn Jesus seid. Und die, die beim Herrn Jesus seid, dasselbe gilt auch für euch. Das gilt sowohl für Leute, die noch nicht beim Herrn sind, als auch für euch, die ihr beim Herrn seid, die ihr wiedergeboren seid. Für euch gilt dasselbe. Und ich gebe Ihnen ein ewiges Leben, und Sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird Sie aus meiner Hand reißen. Möchtest du noch beten, dieser? Oder soll ich beten? Ja, kannst du beten. Bete bitte. Ja, danke, Herr Jesus, unser Heiland, Gott und Retter. Danke, Herr, dass wir deinen Namen haben. Danke, Herr Jesus, dass du in uns wohnst. Danke, Herr Jesus, dass du uns deinen heiligen Geist gegeben hast, der durch uns dich verherrlicht. Danke, dass du uns durch deinen heiligen Geist auch die Möglichkeit gibst. Kraft zu haben, dich anzubeten und Gutes zu tun. Das Wort zu bezeugen. Danke, Herr Jesus, dass du diese Menschen heute hier hingebracht hast, diese Seelen, damit sie eben dein Wort hören. Und deine rettende Tat annehmen, für sich selbst in Anspruch nehmen. So betrifft dich, dass du das Herz und die Augen und den Geist von allen, die noch nicht bei dir sind, heute öffnest. Und sie zu deiner Rettung bringst, zu der Wiedergeburt. Dass sie ewig bei dir sind, mit uns zusammen. Wir erwarten dich, Herr Jesus, jede Sekunde, dass du uns abholst, deine Braut. Zur Entrückung und ich bitte dich, dass du uns benutzt, jeden von uns hier, der Anwesend ist von den Geschwistern, uns alle. Damit wir die verbleibende Zeit nicht für uns selbst leben, sondern in deinem Dienst sind, fleißig und Menschen für dich, Seelen für dich gewinnen. So danke ich dir ewiglich, Herr, der du bist, unser Herz, unsere Seele. Danke, Herr Jesus, dass du uns errettet hast. Danke für deine kostbare Blut. Danke, dass du uns geliebt hast und deswegen dich selbst für uns als Opfer hingegeben hast. Danke, Herr Jesus, dass wir dich haben. Du Gott und ewiges Leben. Amen. Amen. Ich danke dir auch von ganzem Herzen, mein Herr und mein Gott, mein Herr. Mein von Grund auf gütiger Gott, der uns liebt und je und je geliebt hat, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns auch die Übertretung im Fleisch auch immer vergibst, Herr Jesus Christus. Und auch unsere Seele errettet, aber unser Fleisch dann auch eines Tages verdirbt, Herr, wenn wir so viel gesündigt haben. Denn du bist ein gerechter Gott und du hast die Sünde, Herr Jesus. Wir wissen das ganz genau, Herr. Und wir wollen unser Bestes natürlich geben, weiterhin diese Gnade, die du uns erwiesen hast, ja, nicht mit Füßen zu treten, sondern wirklich dementsprechend auch zu handeln, Herr. Bitte helfe uns weiter in den guten Kampf zu kämpfen, Herr Jesus. Und schenke uns wirklich den Frieden in unserem Herzen, den wir brauchen. Und segne jeden Einzelnen, der hier drin ist, hergebe den Kraft, Mut und Stärke, weiterhin nach vorne zu marschieren. Keine Angst zu haben, denn die Liebe in ihnen soll die vollkommene Furcht austreiben, Herr Jesus Christus. Ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du uns alle weiterhin segnest, dass du uns behütest und beschützt, Herr Jesus, und dass du deine Gnade an uns auch vollendest. Auch beten wir für die Muslime, die uns hassen, beleidigen, verfolgen und nach unserem Leben trachten, Herr. Wir beten für sie und möchten von ganzem Herzen, dass du ihre Seelen rettest, Herr, dass du ihre Herzen berührst, dass sie die Wahrheit erkennen, Herr, dass sie durch dich nur gerettet werden, weil du der Retter bist. Denn es gibt keinen anderen Retter als nur dich allein. Danke für deine Güte, Herr Jesus. Danke für deine Liebe, deine Gnade, deine Hoffnung, die du uns gegeben hast, Herr. Danke, Herr, dass wir nach unserem Tod bei dir sein dürfen, Herr Jesus, in Ewigkeit. Denn da, wo du bist, da werden wir auch sein. Und das ist ein Trost in dieser grauen, voller Hass und Wut beladenen Erde, Herr Jesus. Herr, segne auch unsere Geschwister, die in den islamischen Ländern gerade sehr hardcore am Leiden sind, Herr. Und diesen Wahnsinn durchmachen müssen, Herr Jesus. Dass du uns dadurch, dass du uns verschont hast, Herr, das ist eine absolute Gnade, Herr, dass wir in einer offenen Gesellschaft leben und wir ein Dach über dem Kopf haben. Einen vollen Kühlschrank, Herr Jesus, das ist schon das größte Geschenk überhaupt, dass wir überhaupt noch was zum Anziehen haben, Herr. Danke für alles, Herr Jesus Christus, was du in unserem Leben tust und auch tun wirst, Herr. Wir bitten dich ganz, 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 ganz doll, Herr, dass du uns weiterhin führst und die Gemeinde weit entrückst und jeder Einzelne, der hier drin ist, dabei ist. Darum bitten wir dich in deinem heiligen Namen. Amen. 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 Okay, dann dem Herrn Jesus anbefohlen, ihr Lieben, bis bald. Gott segne euch, ihr Wundervollen, ihr Gesegneten des Allerhöchsten. Möge dir dein Angesicht immer über euch leuchten lassen und ja, weiterhin, ja, furchtlos bleibt, ne. Habt keine Angst. Der Herr sagt ja immer, habt keine Angst, denn ich habe die Welt überwunden. Ich habe überwunden. Amen. Wir sehen uns dann, so Gott will, morgen, ihr Lieben. Betet den Herrn Jesus Christus an. Habt Gemeinschaft mit ihm. Und seht die Hoffnung, die in anderen sind, dass sie auf euch überschwappt und die Hoffnung sollte auch immer weiter in euch gedeihen. Amen. Gottes Segen, ihr Wundervollen. Bis morgen. Dankeschön für alles, was ihr gemacht habt. Dankeschön für die Likes, für die Geschenke, ihr Wundervollen. Vielen, vielen Dank. Möge der Jesus Christus euch segnen und das Doppelte und Dreifache zurückgeben. Oder das Hundertfache. Oder von mir auch aus das Tausendfache. Gottes Segen, ihr Wundervollen. Bis morgen, so Gott will. Ciao. Ciao.